Die 10 gruseligsten Skywalks der Welt Nummer 1 Diese Dachstein-Skywalk ins Nichts mag wie ein unvollendetes Projekt aussehen, da die meisten Treppen dazu neigen, irgendwo hinzuführen. Ich versichere Ihnen jedoch, dass dies nicht der Fall ist und das Projekt abgeschlossen ist. Die 14-Stufen-Treppe thront 1300 Fuß über dem Boden und den österreichischen Alpen in der Nähe der Stadt Schladming und ist die Endstation einer 100 Meter langen Hängebrücke, der höchsten Hängebrücke dieser Art in Österreich. Diese Treppe ist nur für Besucher mit Nerven aus Stahl gedacht. Aber wenn Sie es wagen, erwartet Sie ein atemberaubender Blick auf die atemberaubenden Berggipfel Österreichs. Nummer 2 Ist der Columbia Icefield Skywalk tief im Herzen der kanadischen Rocky Mountains, eines der neuesten Skywalk-Abenteuer. Auf dem Glacier Skywalk in Benf, Alberta, Kanada, können Besucher 275 Meter über der Sonne auf einer Glasplattform durch das Tal wandern und spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Berggipfel und Bäume darunter genießen. Kantengang Nummer 3 Wenn Sie den Nervenkitzel suchen, ist dieser Trip definitiv das Richtige für Sie. Es bietet ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Der Edgewalk findet auf einem Felsvorsprung rund um die Spitze des Hauptgebäudes des Turms statt. Er ist 356 Meter hoch und Sie können am Rand des Felsvorsprungs entlang gehen, während Sie sich zurückgelehnt über die Stadt lehnen und nichts als offene Luft zwischen Ihnen und dem Boden haben. Nummer 4 Der Grand Canyon Skywalk Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Glasplattform und blicken auf den Grand Canyon. Dieser Gehweg aus Stahl und Glas ist eine hufeisenförmige Brücke, die 4000 Fuß über dem Boden steht und sich 70 Fuß über den Rand des Grand Canyon in Arizona und in der Nähe des Colorado River erstreckt. Besucher gehen auf einem durchsichtigen, 10 Zentimeter dicken Glasboden. Sie können über dem Geländer oder durch das Glas nach unten schauen, um die Schlucht zu sehen. Die Struktur kann einem Gewicht von über 71 Millionen Pfund standhalten. Es ist so stark, dass es das Gewicht von 71 Bela denen 747 Passagierflugzeugen tragen kann. Nummer 5 Der Tianmenberg Skywalk Der Tianmenberg in Hunen, China, wird von vielen als einer der schönsten Berge der Welt bezeichnet. Abenteuerlustige und Nervenkitzelsuchende Reisende können den gläsernen Skywalk überqueren, der auch als »Weg des Glaubens« bekannt ist. Es ist 60 Meter lang und über 1400 Meter hoch. Es soll ein aufregendes Gefühl vermitteln, als würde man durch den Himmel laufen. Dieses Abenteuer ist nichts für schwache Nerven und Besucher mit Höhenangst kann man oft dabei beobachten, wie sie sich beim Überqueren der Klippe an die Klippe lehnen. Nummer 6 Der Sky Tower ist ein Beobachtungs- und Telekommunikationssturm in Oakland, Neuseeland. Mit 328 Metern gilt es als das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der südlichen Hemisphäre. Es bietet atemberaubende Ausblicke auf die Stadt bis zu 80 Kilometer in alle Richtungen. Das Skywalk-Erlebnis auf diesem Turm ist dem des CN Towers Edgewalk in Toronto sehr ähnlich. Der Sky Tower bietet jedoch den Vorteil, dass du sogar einen Bungee-Sprung vom Turm ausführen könntest, wenn du den Mut dazu hast. Nummer 7 Skypoint-Aufstieg auf 270 Metern Höhe Der Skypoint-Aufstieg ist Australiens höchster Außenaufstieg auf ein Gebäude und bietet einen unglaublichen 360-Grad-Blick auf die Goldküste. Der Aufstieg beginnt auf der 77. Ebene der Skypoint-Aussichtsplattform des Cooling-Gebäudes und von Surfers Paradise. Die Teilnehmer stiegen bis zum höchsten Punkt hinauf und genießen dann die atemberaubende Aussicht, bis sie wieder auf die 77er-Ebene hinabstiegen. Nummer 8 Der Vorsprung Der Vorsprung des Willis Tower Skydeck liegt 1.353 Fuß 110 Stockwerke über den Straßen der Innenstadt von Chicago. Dies ist ein sehr beliebter Ort unter Reisenden. Tatsächlich haben über 500 Menschen auf dem Sims einen Heiratsantrag gemacht und Besucher können hier jetzt sogar heiraten. Die transparenten Boxen bieten einen unglaublichen Blick auf die Stadt und die Reise nach Chicago lohnt sich auf jeden Fall. Nummer 9 Diese Brücke am Mount Tide-Lies in den Schweizer Alpen liegt 10.000 Fuß über dem Meeresspiegel und soll die höchstgelegene Hängebrücke in ganz Europa sein. Was diese Brücke so furchteinflößend macht, ist nicht nur ihre Höhe, sondern auch die Tatsache, dass sie 100 Meter lang und nur einen Meter breit ist. Auch wenn es sicherlich viel Mut erfordert, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, wird sich die atemberaubende Aussicht mit Sicherheit lohnen. Nummer 10 Die Chao-Glashängebrücke China hat diese schreckliche Holzbrücke durch einen Glasboden ersetzt. Diese erstaunliche Glasbrücke ist fast 1000 Fuß lang, schwebt 590 Fuß über dem Tal. Es besteht aus fast 2,5 Zentimetern dicken doppelschichtigen Glasscheiben und ist 25 Mal stärker als normales Glas. Die gläsernen Hängebrücken mit dem Namen Wuhan Shell bedeutet Trauerbrücke. Und es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieser Männerspaziergang definitiv nichts für schwache Nerven ist. Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen!